Niederkanada war von 1791 bis 1841 eine britische Kolonie am Unterlauf des St. Lorenz-Stroms und an der Küste des St. Lorenz-Golfs. Sie umfasste den südlichen Teil der heutigen kanadischen Provinz Quaybe sowie Labrador. Hauptstadt war Quaybe. Niederkanada und das englisch geprägte Oberkanada entstanden mit dem Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes von 1791 und durch die Teilung der Provinz Quaybe. Diese Teilung wurde vom britischen Parlament am 10. Juni 1791 beschlossen und trat am 26. Dezember 1791 in Kraft. Niederkanada umfasste einen Teil der früheren französischen Kolonie Neufrankreich. Die Während des Franzosen- und Indianerkriegs von den Briten erobert worden war. Andere Teile Neufrankreichs wurden in die Kolonien Nova Scotia, New Brunswick und Prinz Edward Island aufgeteilt. Nach der Niederschlagung der Niederkanada-Rebellion wurde die Verfassung 1838 außer Kraft gesetzt und eine Spezialkommission übernahm die Staatsgeschäfte. 1841 erfolgte die Verschmelzung des französisch geprägten Niederkanada und des englisch geprägten Oberkanada zur Provinz Kanada. 현 5 csak 5 9 19 14 24 15 21 Vielen Dank.